Hallo, mein Name ist Matthias Weiner und ich zeige Ihnen heute in diesem Video, wie Sie sich bei uns um einen Shop bewerben können, um in die Selbstständigkeit durchstarten zu können. Schauen Sie sich das an, viel Spaß dabei! Ditch bietet Ihnen den einfachen Weg in die Selbstständigkeit. Sie bekommen von uns einen voll eingerichteten Shop. Sie brauchen kein Eigenkapital und können sofort durchstarten. Die Bewerbung ist ganz einfach. Gehen Sie auf Ditch.de, beantworten Sie ein paar Fragen, schicken Sie ab. Und wir prüfen die Bewerbung. Nachdem wir die Bewerbung geprüft haben, laden wir Sie zu Ihrem persönlichen Gespräch in einer lockeren Atmosphäre ein. Dort gehen wir die Details des Vertrages durch, Ihre persönlichen Verhältnisse, wann können Sie anfangen. Wir lernen uns gegenseitig kennen. Eventuell geben wir schon bekannt, in welchem Shop Sie arbeiten und welchen Shop Sie übernehmen können. Und wenn das alles zwischen uns geklärt ist, dann kommt es zur Vertragsunterschrift. Wie es in unserem Vertrag auch geregelt ist, hinterlegen Sie für Ihren Shop auch eine Kaution. Denn es gibt immer wieder die Situation, dass ein passender Bewerber sich die Kaution nicht leisten kann. Falls Sie das Gefühl haben, Sie können die Kaution nicht in voller Höhe aufbringen. Gar kein Problem. Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Jetzt sind Sie Ihr eigener Chef, selbstständig und verantwortlich, Ihr eigenes Mitarbeiterteam zu suchen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, die richtigen Mitarbeiter für sich zu finden. Fangen Sie an. Suchen Sie sich Ihre richtigen Mitarbeiter, Ihr richtiges Team, auf die Sie sich verlassen können und denen Sie vertrauen können, um erfolgreich Ihren Shop zu leiten. Wenn Sie bei uns anfangen, werden Sie nicht ins kalte Wasser geschmissen. Sie kriegen eine professionelle Einarbeitung in einem Schulungsshop. Dort wird Ihnen gezeigt, wie Sie betriebswirtschaftlich die Filiale führen, das Backen wird Ihnen beigebracht, die Präsentation wird Ihnen beigebracht und der Umgang mit dem Kunden und der Führung Ihres Personals. Und dann ist es auch schon soweit. Sie übernehmen Ihren eigenen Shop. Die Brezelbäckerei Ditsch begleitet Sie innerhalb Ihrer Selbstständigkeit und steht Ihnen mit Rat und Tat auch weiterhin zur Seite. Wie Sie sehen, die Bewerbung ist ganz einfach. Der erste Schritt ist, das Bewerbungsformular auszufüllen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben für eine Agenturpartnerschaft bei der Brezelbäckerei Ditsch, werden Sie aktiv, gehen Sie auf Ditsch.de, bewerben Sie sich, schicken Sie es ab. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Wir freuen uns auf Sie. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.